TORRES, DU ALTER, DU ALTER KACKSTIEFEL! Hey! Was geht'n bei euch ab? Jetzt beginnt nämlich die Party. Äh, Community. Bumm, bumm. Ich dachte mir, ich suche einfach einen DAS2-Server raus. Die meisten werden DAS2 kennen. DAS2 ist natürlich, ähm... Die Party beginnt! Natürlich muss ich jetzt voll gut sein und sowas, weil ich ja voll gut bin. Naja, was nehm' ich denn? P90 Rush, würd' ich sagen. Auf B, nicht wahr? Also, wer ist denn? Ah, da ist der Dupeleing. Dupeleing ist schonmal da. Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei? Da hab' ich vorhin nen Onkel gesehen. Kann ich nicht seine Taschenlampe anmachen. Das ist schade, das ist schade. Ich will nicht in den Server spielen. Draußen steht einer. Oh, den werd' ich wegpimmeln! Hallo! Oder auch nicht. Schade. Ah, Onkel. Da hat Onkel schon eingeschne... Und da wurde Onkel geschnitten. Schade, schade. Aber Onkel ist bei mir im Team. Okay. Ja klar, er hat ihn gepimmelt. Ist mir doch auch mal irgendwas. Ich will... Ne, die Auge will ich nicht. Letters auf B oben. Oh, da sind da noch ein paar. Shit, 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 shit. Oh Gott, was mach' ich hier? Was mach' ich hier? Ich hätt' oben bleiben sollen. Oh, jetzt hab' ich Angst. Ich hab' geluscht mehr. Der Baleigen kommt und fickt mich. Schwer ist es. Baleigen, geh weg! Äh... Was? Was, was, was? Shit, jetzt wissen sie, dass ich hier oben stehe, ne? Halt, stopp! Der Torres! Hat gemeint, er kann mich da anpimmeln. Ja, sage mal, jetzt geht die scheiß Lampen nicht mehr. Ah! So, mit einer Hand... Mit der Hand da drüben und hin und her und alles ist behindert. Das ist schwierig. Pimmeln wir hart. Los. Onkel ist bei mir im Team. Baleigen ist gegen uns. Was, 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 was? Hab' ich ein bisschen... Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah! Äh, Leute, ich bin ganz alleine. Ich bin da mal weg. Geh' doch nicht rein auf B. Dauwe! Haha! This is so crazy. Let me through this. Go away! Äh! Der Baleigen! Geh weg, das ist der Baleigen! Oh yeah! Hier, Baleigen, das ist für dich. Schade. Wow! Baleigen! Was war da denn los? Ja? Man weiß es nicht. Alter, wir haben ein Problem. Was? Ich hab' mich nicht getroffen? Wie bitte? Das war ja wohl sowas von in die Fresse. So. So war das in die Fresse. Circa so. Das ist das offizielle Zeichen für in die Fresse. Warte. Hier. So. Ich weiß es nicht! Oh, Baleigen! Baleigen und... Ah! Ach so! Markus, du alter Kartoffelkönig. Und... Und so? Oh, Markus! Es geht ne Filki, Murkis, es geht ne Filki! Es ist das scheiße. Warum hab' ich mir diesen verkackten Krieg geholt? Nicht dumm? Am I Dharma? What? Oh Gott! Sorry! Oh, okay. Hat niemanden getroffen. Nein! Baleigen! Haha! Sack! Der hockt er an der Ecke und pimmelt mich weg. 4-2. Klar, ich kann mich direkt einseifen. Wo ist der Onkel? Onkel? Gleich gucken die alle zu. Aber Önkel! Für ihn. Haha! Baleigen, das wollte ich grad schreiben! Ajo! The bomb is onividades! I like the Melker. Ach kom, nipp! Nippelring! ушig bleiben! Rui последra! Och... Toll, ich bin fast weg. 8 HP. Und was macht unsere Bombe? Unsere Bombe weiß wieder nicht, wo lang es geht. Ist er in der Grube oder ist er auf lang? Ist jetzt die Frage der Fragen natürlich, ne? Ja, ja, ja. Haben wir gut ausgestanden jetzt, ne? Wie behindert. Verkackte Kacke. Du Ballein geht voll ab, du Mensch. Ich habe Angst. Zur Seite. Oh, tja. Die Killer-Army. Ich hätte euch alle Killer-Army nennen sollen. Jetzt ist die Bombe alleine langgegangen. Und da haben wir spawnen, verreckt. Hey, zur Seite. Torres, den mache ich kaputt. Torres, du alter Kackstiefel. Hey. Keine Sorge, Onkel. Das Land kommt, wenn es kommen muss. Yeah. Und es ist ein Bob-Team, wirklich. Also bis auf Onkel. Onkel ist gut, aber der Rescht. Außer es ist noch jemand von euch da. Der ist auch gut, aber der Rescht. Vorsicht! Och, AWP muss eigentlich so rüber. Weg. Aber nein. Die werden die Bombe nicht finden. Die werden die Bombe nicht finden. Melker, hör auf. Melker, du Milchstücher, die Bombe. Nein, Melker. No, you can't do it. You can't do it, bitch. Wow, AWP, what are you doing? Das ist doch der Onkel. Ne, ist es nicht. Wo ist denn der Onkel? Oh, da ist er. Onkel, was? Sehen, bitte. Ach, was? Bombe. Bombe. Ah, nein. Ich guck da hin. Meine Mutter ungeschminkt. Sieht aus wie ein Affenkind. Ein Dschungelkind. Was? Hey. Ah, ist schon tot. Okay. Ich hau voll drauf. Da, 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 da. Bombe, dann leg mal. Wow, Bombe, da ist jemand. Bombe, dann leg mal. Ich will schon gerne die Arme nehmen, aber jetzt beim Decken habe ich eben ein bisschen Schiss mit der Arme. Na. Boah, dann gelegt. Oh Gott, da hat sie versteckt. Was, ein Affenkind, wirklich. Nein. Ach. Man versteckt doch nicht die Bombe irgendwo hin. Man legt sie vorne auf. Hi. Seine Scheiße. Das war keiner von euch. Ich weiß, das war irgendwie irgendjemand. Schäm dich, Bombenleger. Ha, ich leg die Bombe da hin, dass die schön defusen können und der Killer sieht es nicht. Das ist ja wohl, das ist ja wohl, das ist ja wohl eine Frechheit. Also unsere Bomben, unsere Bombenmänner sind echt immer wieder Granaten. Na, es sind Granaten. Geh mal zur Seite oder sind die Unkel dran. Achso, Alter, ich bin da gar nicht der Augen. Macht doch mal einer irgendwas von euch.